Norddeutscher Rundfunk 2021 Ein neuer Tag, eine neue Challenge. Willkommen zurück zur VSTX-Tour. Es geht in den Wald. Was die VSTX-Girls da wohl erwartet? Ist das Team vollständig? Dann kann es ja losgehen. Wir sind im Wald angekommen. Was machen wir hier? Wir machen jetzt eine Schatzsuche. Wir haben hier ungefähr 100 Meter eine Schatzkiste vergraben. Im Ernst? Wir müssen den Schatz finden. Die Anweisung ist nur in die Richtung. Irgendwo dort. Dort oder dort. Und dann graben wir ihn aus und dann ist da was drin. Okay, dann mal los, oder? Ja, dann musst du da mal kurz ne Hand anlegen. Eine Schatzsuche im Wald also. Lexis Auto ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Was braucht man zur erfolgreichen Schatzsuche? Richtig, einen Spaten. Alter. Halt mich fest. Ja. Bitte. Jetzt kann... Achso, nee, sonst nicht. Jetzt. Okay. Nimmst du den Spaten? Nämlich. Danke. Kommst du klar? Ja. Gut gemacht. Dann kann die Suche losgehen. Da lang müssen wir. Eins. Bitte. Zwei. 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 Sind sie nicht ein super Duo? Lexi hochkonzentriert und Madina mit vollem Tatentrang. Ja. Ja. Madina findet schnell den ersten Hinweis und freut sich wie ein Kind. Lexi los. Cabin, Cabin. Cabin. Wizard X, nee, VSTX, Wizard X sonst nix. Oh, wie süß. Da Madina so motiviert ist, darf sie auch gleich an den Spaten. War ja klar. Sind ich nicht da, wo es noch so frisch ist? Lexi gibt den Ton an. Da. Oh, Madina. Was ist das denn? Ja, Mann, das ist riesig. Was da wohl drin ist? Gold, Diamanten, Perlen. Oder ein weiterer Hinweis? Nichts zu schnell aufgeben, liebe Madina. Eine Schatzkiste ist immer gut verriegelt. Das geht nicht. Da ist noch was. Ach so. Echt jetzt? Es ist wieder eine Flaschenpost. Eine Flaschenpost. Mach da noch was zu? Oh, warte mal.